Hier stehen wir an einem Denkmal, das daran erinnert, dass im Ersten Weltkrieg Sportlerinnen und Sportler eines Turnvereins ums Leben gekommen sind. Es gibt es heute noch um 17 Uhr eine Kundgebung auf dem Altmarkt und dann ist das doch an dem Tag heute der Anlass gewürdigt worden. Cottbus gedenkt heute dem 79. Jahrestag der Bombardierung. Ich frage erstmal, heute im Hintergrund sieht man den Gedenkstein, wie wichtig ist dieser Tag hier heute für Cottbus? Ja, das ist ja leider ein Tag, der sich in eine Reihe von geschichtlichen Daten einreiht, die damit zu tun haben, dass von Deutschland Aggressionen und zwei Weltkriege ausgingen. Hier stehen wir an einem Denkmal, das daran erinnert, dass im Ersten Weltkrieg Sportlerinnen und Sportler eines Turnvereins ums Leben gekommen sind. Und vor ein paar Tagen war Dresden dran, mit der Erinnerung an den Bombenabwurf der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Und am 15.02. war ja Cottbus dann dran mit denen, was da passiert ist. Und diejenigen, die gedacht haben, naja, den Krieg, den können wir schon gewinnen damals, die haben spätestens dann begriffen, dass er nach Cottbus zurückkam und dass hier nichts zu gewinnen ist, dass man nur verlieren kann. Und das sind Lehren der Geschichte, dass einmal die Aggression und der Krieg von Deutschland ausging und dass man einfach damit umgehen muss und sich dieser Geschichte stellen muss, damit das nicht normal passiert. Und deswegen ist das ein wichtiger Tag, der nie vergessen werden darf. Und deswegen stehen wir auch hier unmittelbar vom Sportzentrum vor den Schülerinnen und Schülern der Sportschule. Weil das sind ja unsere Botschafter in Trainingsanzügen, sagt man so schön, die auf die Welt hinausgehen und von Deutschland ein Signal aussenden und auch unsere Heimatstadt präsent machen. Und da muss man bei den Werten, die man im Sport lebt, auch diese Werte leben und sozusagen verarbeiten, was hier passiert ist. Ich höre gerade fragen, wie wichtig ist es auch wirklich, das Thema generationsübergreifend immer auch weiterzugeben, dass es auch wirklich Jahr für Jahr nicht außer Acht gelassen wird? Ja, na eben, das darf kein Vergessen geben. Also das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Wir haben ja gerade wieder Tendenzen auf der Straße von Menschen, die das alles zurückdrehen wollen, wo es dann um Dinge geht, die also wirklich tatsächlich damit zu tun haben, wie es einmal begann. Ja, in diesen Zeiten, gerade auch in den 30er Jahren, bevor Hitler die Macht übernommen hat. Solche Tendenzen gibt es auch und da kann man nur durch Aufklärung, auch schon junge Menschen muss man da mitnehmen, dass man ihnen sagt, was das alles bedeutet, was da passieren kann. Und was tatsächlich passiert ist, am 15.02., da gibt es ja noch Zeitzeugen, die das sagen können. Und insofern ist das ganz wichtig, dass man generationsübergreifend dieses Wissen weitertransportiert und ja, auch der jungen Generation vermittelt. Denn nichts ist schlimmer als Krieg und wer das noch nicht verstanden hat, da muss man immer wieder nachhelfen. Es gibt ja welche, die haben aus welchen Gründen auch immer eine Beeinflussung und die Beeinflussung muss man auf sachliche und emotionale Füße holen und dann versteht, glaube ich, der Letzte auch, Krieg ist kein Mittel. Jetzt hier am Gedenkstein, wie geht es heute speziell noch weiter? Naja, es ist ja gleich in der Lutherkirche das Gedenken, da werden ja die Glocken läuten, dann um die Zeit, als der Bombenangriff war, dann gibt es heute noch um 17 Uhr eine Kundgebung auf dem Altmarkt. Und dann ist das ja doch an dem Tag heute der Anlass gewürdigt worden und aus unterschiedlicher Zivilgesellschaft bis hin eben heute hier mit Schülerinnen und Schülern der Sportschule. Ich glaube, das ist so das, was wir erreichen wollen. Den Tag nicht vergessen, die Lehren aus der Geschichte ziehen und nach vorne gucken und uns dort aufstellen, um so etwas nicht wieder zuzulassen. Ich glaube, das ist so das, was wir machen wollen.